Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch einen Stuhl, den ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt, von Karl Hansen & Son, designt von Hans Wegner, der bestimmt den einen oder anderen Begriff ist, und zwar diesen hier. Das ist ein Wishbone Chair, auch genannt Y-Chair, ist glaube ich einer der berühmtesten Stühle der Welt, ist 1949 von Herrn Wegner designt worden und ist von 1950 in Produktion gegangen, ist eine Ikone des 20. Jahrhunderts würde ich sagen. Also, das ist ein Stuhl, den gibt es seit 70 Jahren, den gibt es in 70 Jahren, da gibt es nichts dran zu rütteln, der ist so schlicht und elegant, das ist wahrscheinlich der Kühlpunkt des Industriedesigns. Diesen Stuhl gibt es in so unzählig vielen Varianten, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Wir haben allein drei verschiedene Hölzer, Walnuss, Eiche und Buche, es gibt den in allen erdecklichen Ralfarben, es gibt den Sitz in weiß, in schwarz oder in Natur, in geölt, in lackiert, in was ihr wollt, geseift. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Ihr seht bei diesem Stuhl jetzt hier, das ist die ganz klassische Variante, Eiche geölt mit Natursitz, hat jeder dieser Stühle, damit ihr euch auch sicher sein könnt, ein Original zu besitzen. Hier die Karl-Hansen-Plakette, da ist eine Seriennummer drauf, die ermöglicht euch herauszufinden, wer ihn gebaut hat, wann er gebaut wurde und aus welcher Serie. Der Stuhl selbst wird in 100 Arbeitsschritten gemacht, das ist wirklich ein handgefertigtes Produkt. Allein dieses Geflecht hier auf dem Sitz sind 120 Meter Kordel und das ist wirklich noch gute alte Handarbeit. Falls euch dieser Stuhl gefällt oder ihr mal eine andere Farbe sehen wollt, Variante, wie auch immer, dann kommt nach Berlin, wir haben davon verschiedenste da. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen, per Telefon, über den Livestream seht ihr uns, alles wie ihr möchtet. Wenn euch der Stuhl gefällt oder ihr noch irgendwas anderes wissen wollt, dann keine Sorge, schreibt uns einfach und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.